Ja, herzlich willkommen an meinem Schreibtisch. Wir sitzen hier im Großraumbüro, das heißt ich muss ein bisschen leiser reden. Aber trotzdem ist das Ganze natürlich ziemlich cool, weil so sieht man viel, was die Kollegen tun und gesellschaftlich macht das auch Spaß. Und das hier ist eigentlich das Beste an meinem Schreibtisch. Gegenrückenleiden, im Stehenarbeiten. Ja, das Trainingprogramm der REWE Group ist einfach wirklich ein tolles Programm, um alle Facetten des Einzelhandels kennenzulernen. Die Dynamik des Handels spiegelt sich wirklich in diesem Programm wieder und das Ganze ist eine tolle Plattform. Ja, wir sind jetzt hier in der Kantine. Das Essen hier ist wirklich richtig gut und bei uns in der Abteilung gehört es einfach dazu, mittags der Klassiker, das Wassereis. Ja, ich habe mich damals eigentlich für die REWE Group entschieden, aus dem Hauptgrund, dass hier wirklich Wert auf Persönlichkeit gelegt wird und ich habe mich eigentlich immer wohl gefühlt hier im Unternehmen.